Was ist das? Nein, nein, nein. Was ist das? Was ist das? Ja. Was ist das? Oh. Was ist das? Oh mein Gott. Dafür wurde ich geschaffen. Oh mein Gott. Bideln. Oh ja. Oh. 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 Das habe ich gezeigt. Ah, du... Wo ist es? Da! Was habe ich bekommen? Splinter Gun The Splinter Lens Road Dog Ich bin hier Hej Ich gebe es Ich gehe Ich gehe Ich gehe Oh! Oh! Fasspuncher, das habe ich Was soll ich jetzt tun? Was schafft denn Fasspuncher? Bekauft den Fasspuncher, wenn ich sie nicht habe, dann ist es ordentlich Ja, wir müssen das hier noch machen Wir liegen ja noch auf dem Fasspuncher Ich trage nur noch Sehr gut, Schiri. Jetzt brenn diese Nester nieder, damit die da durchkommt Ich schätze, ich muss die Größten Wummen rausholen Mach dir keinen Kopf um ihn Es gibt nichts, was er aufbieten kann, womit du nicht fertig wirst Jetzt, wo wir drinnen sind, sollte ich Zugang zum Teleportation Und das System des Kerns haben Ich kann hinter dieses Kraftfeld tauchen und es manuell ausschalten Zack, VIP Teleport Baby Okay, ich starbe jetzt In den Kraftfeldabschaltvorgang Oh 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 Freddie Oh, aber das habe ich bereits, Timothy Und du gehst direkt zu Pretty Boy Mein Hübscher Pretty Boy hat mir ein Angebot gemacht, das ich nicht ablehnen konnte Nichts für ungut Wen will ich verarschen? Für euch ist alles ungut Aber ich habe noch gesagt, dass nur ein Narr einem Menschen vertraut Und ich bin ein Mensch Was nicht nur zu machen Genau Zu einem verdammten Narr Freddie meldet sich ab Lutscher Alter Freddie Alter Was zum Teufel ist da unten los? Dieser modische Bastard hat Timothy direkt unter meiner Nase gestohlen Er bringt den Arm Jung zu Pretty Boy Ho Okay, es hört sich herzlos an, aber Tim hat das getan, wofür wir ihn brauchten Jetzt können wir nur noch mit dem Plan fortfahren Finde die Energiequelle für den Turmbezirk und schalte sie ab Verstanden, Moxie. Ich orte jede Menge Aktivität in diesem Sektor. Pass auf deinen Arsch auf. Zugriff auf neue Sicherheitsprotokolle. Start, wo kommt? Neue Strategie killen für Freddy. Oh, nein. Ich habe nichts gesehen. Woll, okay. Was hat er geschrieben? Woll. Ob nicht gewesen. Ach, ich egal. Hä, wie? Ich kann nicht spielen. Herz wohl. Hä? Moment, ich bringe gleich da. Option. So. Oh, One-Shotten. Hä? Also nicht fortwörtlich. One-Shotten. Nö, habe ich nicht. Ich hoffe, ich habe nie gespielt. Woll. 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 Da ich Timothy habe, beginnt der echte Spaß. Du hattest einen Deal machen soll, Kamehanger. Einen Deal. Ja, jetzt muss ich diesen Timothy-Bustard brechen. Entschuldige mich bitte. Ignorier ihn, Schätzchen. Mach einfach weiter. Da kommt ein Aufzug, der dich dorthin bringen sollte, wo du hin musst. Alter, die ist nur unten. Die ducke ich nur noch unten. Rauf. Du bist zu Hause. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Verzieh dich besser. Was für ein dämmerlicher Haufen. Granate wird eingesetzt. Das ist meine Primärfunktion. Das will ich nicht zurück. Auf die Vierung aufhören. 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 Das muss man checklassen. Casino auf der Außenseite. Todesfabrik im Inneren. Der Typ hatte Pläne und Pläne und Pläne. Begeisterer sie mit Glanz und Glamour auf der einen Seite. Während die andere Seite ein Messer hält. Das Messer... Das gehört jetzt mir allein. Das ist genau das, was mir Sorgen gemacht hat. Kammerjäger, wir müssen immer noch diese Geschütze abschalten. Aber du musst die Fabrik lahmlegen, wenn wir Pretty Boy aufhalten wollen. Ich muss nur nach oben. auch noch die Faunen ... Oh ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Wie ich sehe, hast du dir Zutritt im Forschungslabor verschafft. Gut gemacht, du musst die Sicherheitsmaßnahmen losschalten, damit wir anfangen können. Ich will nicht angehen, aber diese Modelle sind wir unterlegen. Ich hab's noch drauf. Dafür lebe ich! Ich hab's noch drauf. Ich hab's noch drauf. Du musst jetzt auf die Prototypen zugreifen und sie zerstören, für die Rettung meines Rekords. Ja, zerstörere Drehball. Schmerzfresse wird im Verteidigungsmodus aktiviert. Ja. Du kannst es nach vorne kennenlernen. Du hast noch einen tödlicher Prototyp übrig. Bereit machen zum Kampf! Wer ist der erste? Oh! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.